Herzlich willkommen, Leute, zu der neuen GDR Session. Heute mit Anjuli, Mario, Alex und Items. Wir spielen heute drei unterschiedliche Spielmodi in einer Folge und fangen an mit dem Modus Slipstream, wo es darum geht, mit seinem Team das Rennen zu gewinnen. Und ja, man muss sich gegenseitig boosten, nah beieinander fahren und dann wird man schneller. Ja, also ich muss hier, ich führe unser Team an, deswegen ziehe ich so eine Spur hinter mir her und deswegen können die anderen jetzt aufholen. Das heißt, auch immer einer muss vorfahren. Jetzt fährt Maru vor. Willst du die langsamer werden für euch, oder? Arne, kommen sie. Alex, weg hier, Mittelfinger geht gar nicht. Okay, Alex, du fährst vor. Ihr müsst wirklich immer in einer Reihe fahren, das ist so ein Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie einen Slipstream. Man kann sogar Nahkampf machen, irgendwie. Was? Nicht nur der böse Finger. Alter, A gedrückt halten, L1 zu näher ein, Batsch. Ja, dieses Geräusch, wenn du diesen Superwensch hacken willst, ey. Der Button A bei meinem Xbox Controller. Bei mir geht das nicht. A gedrückt halten, dann L1 zu R1, zack. Ich bin so ein Superwensch. Oh nein, wir haben den nicht bekommen. Wir haben den nicht bekommen? Ich glaube, wir haben den Kontrollpunkt nicht bekommen. Wegen mir war ich zu lane, ja? Ich hau jetzt Maru mal. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen... Ihr fahrt, ihr fahrt mir weg. Wenn ihr nicht in meiner Bubble seid, zielt der Checkpoint nicht. Ja, jetzt ist der Checkpoint. Haben wir jetzt alle? Ja. Ja. Wir müssen in der Bubble bleiben, ihr Ganoven. Wir brauchen die Bubble. Komm her, wir haben mich überholt. A gedrückt halten, L1. Habe ich schon gesagt? Ich kann doch aufladen. Können wir verprügelt wahren, du warst. Hey, warte. Ist das wieder ein Checkpoint? Warte, ohne Wagen. Ich geh vom Gas runter. Ja, jetzt können wir durchfahren. So, haben wir. Ja, wenn der wieder Orange kommt. Oh nein. Oh Gott, wir müssen Gas geben. Irgendeine Söse. Oh, Maru. Ey, das ist voll... War anstrengend. Ja, warum bin ich vor allem so viel schneller? Das Pool ist einem anderen freut und verwirrt mich. Das Pool ist unsere Number One-Item. Komm her, Alex. Ja. Ich komme. Hier. Ich glaube, Gegner würde man damit instant kaputt hauen. Wir können ja hier irgendwo mal... Ja, lass mal warten. Lass mal warten, genau. Lass mal warten. Wir müssen ein bisschen vom Gas runter. Aber so, dass wir sie direkt verprügeln können. Stellt euch alle so... Achso, wir wollen einen Haue bekommen. Wir wollen einen Haue? Ja. So eine Straßenschmerre. Einen kriegen wir schon. Da kommen so angeflogen. Ey, warte, ich muss die Kamera drehen. Wo sind sie denn? Sind sie schon raus aus dem Auto? Oh, okay. Ich habe natürlich eine gepfippert. Ja, jetzt kann ich... Kommen sie. Warte, ich... Schau mal mitfahren. So... Okay, dann kommen sie. Machen wir vor. Ey! Ey! Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Wir prügeln die alle jetzt! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Da wird nicht! Kommen, den Checkpoint durch mit wenigstens. Seht nicht! Einer fehlt! Er ist ja noch viel! Wir sind jetzt! Wuh! Nein, nicht! Mich! Okay! Okay! Lass mich mal brügeln hier! Wie geht das? Was musst du mal drücken? Äh... A gedrückt halten, dann L1 oder R1. Okay! Ich glaube, wir sind nicht nah genug zu... Wir haben den Checkpoint nicht. Wir haben ihn! Wir haben ihn gerade noch so bekommen. Okay, dann fahre... Dann machen wir dann Rennen. Also fahren wir dann rennen. Wir warten auch, bis ihr wieder ready seid. Komm, Anne. Wir müssen ein bisschen langsamer werden, sonst kriegen wir den Punkt nicht. Anne, wir müssen langsamer werden. Nein, wir haben den Punkt nicht. Anne. Wir müssen zurück. Maru fährt uns auch davon. Maru, wir kriegen den Checkpoint so nicht. Okay, komm. Wir fangen und warten auf der Start-Ziellinie nochmal. Die erste Runde gehört uns. Oh, shit. Gut, ihr seid noch einig. Wir verprügeln euch einfach vor der Ziellinie. Man muss nah am einander stehen. Wir müssen für Anne mitkämpfen. Ja. Kriegen wir hin. Warte, Alex, ich glaube, Maru ist nicht im Checkpoint. Wir könnten zu schnell sein. Nee, wir sind alle zusammen. Wunderbar. Können wir fahren. Ich glaube, wenn ihr den Modus mit mehreren Leuten spielt, ist, glaube ich, auch ganz geil. Dann ist Massenkarambulage. Okay. Oh, Leute. Ja, Alex hat mir das Datum geschoben. Die Motorräder sind irgendwie... Wuhu. Kann man besser wegkicken, oder? Man konnte, glaube ich, auch keinen auswählen, ne? Also wir hatten... Nee, wir hatten nicht mehr so. Okay, hier warten wir. Items, du bist ein bisschen weit vorne. Ja. Wunder 1. Ich geh gerade runter vom Gas. Oh Gott. Alter, du kriegst so einen Boost, wenn du da hattest. Hm, jetzt. Haben wir. Haben wir. Ja, haben wir. Komm, Alex, nimm die Waffe. Da kommen sie. Das Problem ist, gleich nach hinten und schlagen. Ja, du brauchst alle Hände. Oh, die greifen uns an. Hau den aufs Maul. Hey, Leute, ihr habt Judy verloren. Ja. Ah, ein Unfall. Alex, nicht so schnell. Hey, warte, bist du. Julie, hast du mir gerade eine donnern wollen? Okay, jetzt. Ich bin noch am Üben. Los, Leute, wir fangen jetzt ein Rennen. Julie? Du, der richtig... Ich komme, ich komme. Ihr seid da falsch. Wir haben Julie da rein. Ich bin gleich gestorben. Alter, was soll das denn vor, hier? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Superschwer, wenn du rückwärts gucken und so. Okay. Julie? Erwischt. Jetzt reichst du, ey. Nein, Julie wurde erwischt. Nein, ich bin immer schön drüber gefahren und fast von der Map gefallen. Nein, ich bin am Jackswind vorbei. Wir haben ihn, wir haben ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Wir haben ihn, oder? Ja, wir haben ihn. Okay, wir fahren jetzt ein Rennen ohne Lamm. Okay, okay. Aber wir warten. Ohne Schlagen? Ja, ohne Schlagen. Also Ramm, ja. Aber dann nicht Schlagen. Weil Schlagen haut dich halt so weit raus. Okay, seid ihr da? Ich sehe Anne. Nächste Mal, wenn die Maps kommen, dann wechseln wir die Teams. Jetzt, oder? Ja, jetzt. Okay, okay. Da kommen sie. Okay, jetzt gibt es das finale Rennen. Finale. Ich habe Angst, dass du... Oh, ich habe nicht so viel Wurz. Sorry, ich kann auch nicht. Julie, wohin fliegst du? Ich weiß auch nicht. Die kommen. Die Hunden kommen. Slipstream. Amin? Okay, hier ziehe wie beim Stoffenlauf. Da Mario ist er noch in der Zone? Ja, da kann man wieder ran. 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 Alex zieht vorbei. Ja, der Slipstream. Es geht, das Motorrad geht viel mehr ab da durch. Das Geräusch ist auch so krass, wenn du in Slipstream bist. Warte, ich kann wieder vor. Wer einfach aus der Slipstream rauskommt. Mario ist nicht im Slipstream. Wir sind... ...weil. Was machst du da? Okay, Mario müsste deinen wieder kriegen, oder? Ja, ich glaube, ich bin noch zu weit. Ja, passt. Noch nicht? Wow. Doi. Ah, jetzt muss ich ihn kriegen. Okay, jetzt ist Mario wieder da. Da kommt die Anne. Ich sehe sie schon. Man nennt sie neuerdings auch den Brecher. Brech auf dich. Alex! Ja, haut euch selber raus. Wo ist das? Oh, sie kommen ran. Jetzt haben sie meinen Slipstream. Mama, wir sind hinter euch. Hallo, Marco. Grüße auch. Ah, die kommen. Aber es erlaubt doch nicht. Ja, rammen, ja. Aber nicht schauen. Oh, Leute, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Oh, was passiert? Ist er dann tot? Nein, nö. Alles klar, sehr gut. Nein! Das war ein guter Versuch von Dalu. Ja, aber dann kam Anne, der brech. Leute, ich bin nicht im Slipstream. Wir müssen brechen. Okay, fahrt, 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 fahrt. Ich gebe dir Boost. Oh, schau. Los, Mario. Alles geklappt. Mario ist nicht im Boost. Er wird rausgefallen. Nein. Ich glaube, Mario ist nicht drin, Alex. Oh nein, Mario gibt gar nicht. Mario fällt immer weiter zurück. Ich glaube, er fällt falsch rum. Mario fällt auf. Ihr habt immer noch... Das gebe ich nicht mehr. Hier ist ein Checkpoint wieder. Okay, okay, okay. Mario ist auf jeden Fall... Du bist nicht drin, Alex. Du musst bremsen. Und jetzt kommt... Was? Und jetzt go. Alter. Die Kurve. Ich habe kein Bremsen. Komm, komm, wo ist Alex? Ja, haben wir. Wir haben eingeloggt, Leute. Wenn du einen Checkpoint bekommst, kriegst du den Boost, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber er hat wieder drückt, ja. Ich glaube, ihr seid durch. Gut gelandet. Ja, nicht mehr lang. Also noch zwei Punkte. Ja, ja. Wir sind ganz, ganz weit hinten. Ihr seid direkt hinter uns. Ja. Auf meiner Karte. Also wenn das in einem normalen GTA-Rennen wäre, Alter, würde ich sagen, du kriegst mir die mehr. Oh, puh, 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 wir müssen alles zusammen. Wir müssen alles zusammen. Wir hätten sie doch haben können. Ja, ihr habt ja auf uns gewartet. Alles gut, alles gut. Am Ende war es, ging es dann, aber am Anfang erst mal reingewittelt. Nee, erst mal gucken, wie es läuft. Jetzt verstehe ich auch, das geht um die Slipstreams, ey. Die Schlips, die Schlüpper. Ja, aber wie machen wir denn die Teams für heute, dass es einigermaßen dann fair ist? Also bei mir haben wir gerade gewonnen, ne? Ja, dann willst du es lassen, ja? Und wir warten nicht. Nee, ich würde sagen, äh... Vielleicht Dalu und Xlir nicht in einem Team. Juli, Maru, ich. Beispiel. Oh, bei. Keil. Das heißt, wir tauschen Alex gegen Juli. Ja, können wir mal gucken, ob das dann überhaupt so aufgeht. Ich muss das Gewinnerteam verlassen. Juli, das wirst du irgendwann... Das würde kein Gewinnerteam mehr sein. So, jetzt kommt ein anderes Spiel. Ja, das sind hier ganz viele Spiele. Und zwar spielen wir Overtime-Shootout. Ja, du springst eine Rampe runter mit einem Fallschirm und musst dann auf einer Plattform landen, die Punkte gibt. Das Team, was die meisten Punkte hat, gewinnt. Aber, dass ich mich rausschubst, oder? Jetzt bin ich mit Items und Maru. Ja, ihr müsst die Teams manuell wechseln. Das heißt, Items und Dalu tauschen jetzt. Du kannst ins andere Team gehen, dann Join Team drücken. Team beitreten. Dalu, du musst rüber. Ja. Nee, Moment, mit wem hatten wir abgemacht? Schnell. Ja, du solltest bei Juli und bei Maru sein. Maru. Jetzt ist irgendwie Juli und da auf der falschen Seite. Oder Alex? Alex, geh du drum mal schnell. Nochmal. Also wechsel du. Juli, du wechselst auch. Alex wechsel, Juli wechsel. Ich soll's wieder wechseln? Ja, und Alex wechseln noch. Schnell. Maru. Okay, perfekt. Und ready. Oh, Anna! Was ist das? Yo, ich allein gegen vier. Aber es ist weder Juli noch Alex. Ich hab gedacht, ich muss dem anderen Team noch joinen. Ey, ist das jetzt ein One on Five? Nein, ein Two on Four. Jetzt tut mir leid, was soll ich tun? Easy, wir regeln das. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Ich sehe Alex jetzt. Ach, müsst ihr eigentlich in Fahrrad? Ja, Alex springt. Aber was muss ich machen? Die Hülse zahlen den niedrigsten. Die Hülse zahlen, das sind ja Punkte. Muss ich darin landen? Ja, muss auch stehen bleiben. Okay, Items. Du siehst, was ich vorhabe, oder? Ja, es sieht aus wie in der Hülse. Ah, Moment, das ist gar nicht so schlimm, dass die Teams an der Valenz sind. Es wird angepasst. Ja, wir starten. Alex springt dreimal und Items springt zweimal. Ah, okay. Drei PT. Vier PT. Also gar nicht so wenig. Ah, man nimmt sich immer das Nein. Ich glaube, du kannst den Fallschirm aber loslassen. Nee, kann man nicht. Nee, darfst du nicht. Äh, ich studiere es sofort. Also du kannst nicht runter droppen, wie sonst bei Rennen? Jetzt kommt der Alu. Ich habe es nur explodiert, als ich den wegmachen wollte. Ja, aber du warst im Wasser, oder? Nee, ich war doch im Moment. Okay. Und jetzt fahr auf, jetzt. Ja? Ich fliege so bis zu eins. Okay, erstmal ein bisschen Speed rausnehmen, ja? Wir lassen da nur die hohen Punkte machen, wir holen uns die Zweier. Ja, finde ich auch. Das war ja ganz so lang. Nee, gerne. Er fliegt zu einem Punkt. Ist es nicht schön, wie er da fliegt? Im Möwe kreisen. Das reicht vom Winkel her nicht. Nein. Das reicht nicht. Wollt auf die drei. Da sieht man sein Leiche. Ja, meine Hand guckt aus dem Wasser. Traurig. Oh, guck mal, einer ist da mit dem auf dem Ballon seinen Namen zu sehen. Der hat da den Zeppelin gekauft. Zeppelin. Jetzt aber nicht für die Fans, ne? Nee, heute mal nicht. Items plate safe, oder wie? Ich weiß nicht, wie safe das ist. Oh, Items G auf die drei. Ja, die vier. Er will alles. Alles oder nichts. Nein, wieso roll ich runter? Ich kann nichts kontrollieren. Ja, richtig. Du musst stehen bleiben, glaube ich. Du kannst nichts kontrollieren. Das ist richtig. Es ist hart. Ich war auf der Plattform. Ja, deswegen gibt das Ding ja auch vier Punkte. Ja, wenn es einfach wäre. Du darfst ja nicht stehen bleiben. Krass. Oh, oh. Anne, versuch zwei. Dann füllen wir schon. Ja, wir haben ja null gerade. Hey, Anne. Sehe ich dich. Da fliegt sie. Anne fliegt, fliegt, fliegt zu der 2. Da fliegt sie schnell, schnell, schnell. No. Ja, doch, perfekt. Gut. Yes. Aber er rollt halt wirklich weiter, krass. Oh. Führend. Cool. Statistisch unenholbar. Ja, bisher kommt immer, wenn ich zu offensichtlich komme, dann ja. Möchtest du die Feststelltaste aktivieren und dann tappt es aus dem Spiel? Items hast du eine Zahl? Nehme ich. Ach, vier High Risk, High Reward, würde ich sagen. Fünf. Das ist die kleine Gelbeinsel recht. Das ist die kleine Gelbeinsel an der drei. Okay. Sehe ich dich. Ich fliege mich mal so weit, oder? Hör mal da, die Fünf, hä? Die kommt da nicht mal hin. Die bewegt sich sogar. Die fliegt, Leute. Ah, ne, die ist einfach nur viel höher als die drei. Ey, okay, du kannst fahren. Lengen. Ah, stimmt. Steht da einfach. Okay. Ich kann auch lenken. Okay. Auch nicht schlecht. Also hilft dir bei der Fünf auch nicht, ja? Hey, Julie. Schau mal. Oh. Ich hab die ganze Zeit das Bedürfnis, ein Rückwärtsalto zu machen da. Ja, mach doch. Sie springen übrigens anscheinend, oder? Das ist eine Runde jetzt, also jeder einmal, also quasi jeder. Ja, bis die fünf Durchgänge da rechts durch sind. Er geht auf die drei. Oh, Julie's mutig. Oh, das ist knapp. Nein, 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 nein. Lass sie hoch. Oh Gott, nein. Oh, Wasser. Auf die eins. Julie, du hast mal ein Vorsprung verspielt. Ich hab's mir leichter vorgestellt. It is items turned. Dramatische Musik. Der entzieht da hinten, er fliegt. Der will die Punkte holen. Drei, wieder nix. Ne, die vier will er holen. Nein, das Wasser füllt sein Auto. Also einige sind Speed, einige. Oh. War das mit dem Speed? Hat doch geklappt. Jetzt hört den Druck, ey. Like a pro. Jetzt darfst du es nicht verlauen, Maru. Na toll, ey. Er schenkt alles an dir, aber keinen Stress. Ich will trotzdem auf zwei gehen. Okay. Dann fällt Alex ins Wasser. Alex verkackt's, wenn es auf vier geht. Und dann hole ich fünf. Du holst fünf? Okay. Alles klar. Es muss ja, also da muss ja schon perfekt drauf landen. Eigentlich ist... Ich hab zwei, ja? Ja, kannst du auch wieder. Da ist auch man stehen bleiben muss. Ey, du musst ja, bis die Zeit abgelaufen ist, sozusagen, dann drauf stehen bleiben. Jetzt haben sie vier. Dann muss ich ja mindestens jetzt... Warte mal, was macht Dalo? Der könnte eine drei holen? Vier? Okay, Alex. Du legst vor. Ich muss mindestens... Ich muss eine drei machen, oder, Idoms? Eine drei oder eine vier sogar, ja. Weil ich trau Dalo halt auch zu, dass er wirklich die fünf versucht. In einem Panic-Attempt. Auf vier ist ja wohl drin. Ihr auf die fünf? Vier. Alex, auf die vier. Alex geht auf die fünf. Dann wäre ich fünf, Alex. Glaub an dich. Du hast meinen Rückhalt, auch wenn du nicht triffst. Ich geh einfach auf die zwei. Glaub an dich. Doch, oder nicht? Er schafft es nicht mehr. Er macht das Ende. Er muss... Oh, was soll er sich? Nein, was soll er sich? Oh, was soll er sich? Oh, ja. So kriegst du die fünf. Scheiße. Ich hab's gezeigt. Okay, Dalo. Du packst das. Vier, Mann. Mit der vier ist ausgeliehen. Ja, Dalo macht es schon. Soll ich die fünf versuchen? Versuch die fünf. Okay, versuch. Alles oder nichts. Alles oder nichts, ja. All in. Wollt ihr noch ein 360? Yo, Leo. Soll ich richtig kass? Soll ich auch kass? Ja, wo ist das schon immer? Jetzt reicht es nicht. Das Ding ist höher. Das Ding ist aber höher. Ja, ja. Wenn du es nicht schaffst, kannst du immer noch mit drei gehen. Oh, die kleine Pöppelle. Nein, das kriegt der nicht hin. Na, sieht aber. Oh, sieht gut. Oh. Das ist so schnell. Ja. Ja. Soll man da den? Ja. Du musst so mit dem Heck hin, also mit Unterseite dagegen prallen, dass du gar schon den Speed verlierst. Oh, Mann. Juhu. Wie Avinas. Wer ist das da hinten? Ich weiß nicht, warum meine Haare immer weg bangen. Wie bangen meine Haare halt ohne die Maske immer weg? Aber es sind keine Haare. Doch, normalerweise habe ich grüne Haare auf. Mit dem Charakter. Aber die sind halt immer auf einmal weg. So hui. Dann denken sie so, ich bin nicht mehr da. Arrivederci. Ui. 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 Hey, die Tabelle ist mal andersrum, oder? Bericht Anna nicht 13 Punkte? Ja, richtig komisch die Tabelle, oder? Vielleicht war Anna mehr Punkte gemacht. Ich glaube, es hat ein bisschen... Ich habe auch zwei Punkte gemacht. So. Relay. Oh Gott, Staffel lauf. Teams race around the streets. Genau, ich weiß nicht. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, ja? Es gibt einen nicht aktiven Fahrer. Was das heißt? Keine Ahnung. Also wenn die Beschreibung oben... Du stehst. Am Start und der Rest ist los. Richtig. Okay, es gibt drei Teams. Okay. Ja, können wir so lassen, oder? Ja. Wir brauchen ein geiles Outfit, Maru, für das Rennen. Was willst du sein, Judy? Scheiße. Nee, wäre es das andere? Willst du Fahrer 2 oder 1 sein? Äh, äh... Achso, ich bin Fahrer 1, Maru, ja? Okay. Ich habe keine Ahnung. Fahrer 2. Ich kann auch nur das Outfit einstellen, Darlow. Fahrer 2. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Achso, Moment, bei dem Auto, ne? Welches habt ihr da? Bukanier Custom. Achso, Bukanier Custom. Ja, okay. Ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Bukanier, fast schon. Bei dem Vehikel. Bei dem Vehikel. Hey. Hey. Jetzt habe ich ein anderes, oder was? Der kann auf jeden Fall nicht hupen. Das ist mein schlechtes Zeichen. Einer fängt an, die anderen warten. Ach, das ist ein Staffellauf, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich habe auch so ein geiles, altes Outfit genommen, ey. Ich glaube, wir haben verschiedene Autos. Alter! Oh, jetzt geht's los. Ja, ich schau mir dann zu, ey. Wir warten, oder? Du kannst da rechts drücken. Hier, Mittelfinger, you fucker. Jawoll! Ja, die Zeit, ja. Ja, die Zeit, ja. Ich weiß nicht, das freut sich der Dichter. Da hast du wohl nichts, mit der Augenkarre. Die Autos schwerfällig. Äh, warte mal. Dein ist auch ein Checkpoint. Ja, ja, zum Checkpoint. Ich kann mein Team-Mate nicht zuschauen. Ja, ja, ich komme wieder zurück. Das ist ja nice, ey. Wir sind gleich da, die Runden sind sehr kurz. Ja, sind sehr wirklich kurz, ja. Baru, warte ich bereit. Ander, warte ich bereit. Warte mal, müssen wir auch noch weg fahren. Oh, man muss bremsen dann, glaub ich. Ich bin da. Ja, stimmt. Ich bin da, Alter. Okay. Ja, du musst in der, ich bin ready area stehen bleiben. Ja, hier so, oder? Bin ich schon ready jetzt? Wait for your teammate to complete the lab. Ach ja, in dem gelben Bereich auf der Minimap. Juli nicht hier rein. Juli. Aber wir hätten drauf haben, das Team-Mate zu schauen. Ey, 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 ey. So, leider unser Team-Mate. Da kommen sie. Ja, ich wurde von 1. Einer ist halt aggressiv vorgegangen. Was heißt hier aggressiv vorgegangen, ey? Oh fuck, ich bin im Garten. Los, Maru! Nein, du kommst hier nicht durch. Verdammt, ich bin nicht abgeschnitten. Julio, nutzt du hier? Jetzt bin ich ganz hinten, ey. Aggressiv rein als Flashdown. Ist das Maru? Maru! Alex, bist du ready? Ja, du musst bremsen. Was ist denn los? Go! Okay, hat funktioniert. Julio, du kannst los, ja. Wollen wir es da anhalten? In dieser Area auf der Minimap, die gelbe. Das ist ja die gelbe, ja. In gelber Streifen. Ich kann nicht mehr ranzoomen. Der Modus ist eigentlich super gut. Weil man mich auch noch dran halten muss, so zu stehen. Das ist echt so lustig. Mittelfinger für die Leute da rechts, ey. Pink up! Oh, Alter! Es sind Dinge passiert. Es sind Dinge passiert, ey. Es sind Dinge passiert, ey. Waren wir aber nicht bereit? Ja, ja. Komm, rumgeslidet hier. Alles klar. Go, go, go! Und du kannst, glaube ich. Alter, bist du pink gleich da? Ja, ja, okay. Du fährst... Fährst du gerade in die falsche Richtung? Ja! Seh nur, wie sie die Straße wegfährt. So, wegfährst. Moment. Warum steht Items noch hier? Jetzt! Bin da! Jetzt! Wuh! Das ist richtig gut! Warum los? Du bist verfolgt! Ja, man rutscht hier. Was willst du hier? Ich bin schon mal ready. Ich bin schon mal ein bisschen in Mode 1. Hohoho! Explosion! Ich glaube, ich kann es richtig damit machen, oder? Ja! Und go! Oh nein! Alex! Alles ist einfach in mir drin! Ich musste da crossen, sorry! Ich hab ja, du wär unsichtbar für mich! Da kommt Items, oder? Ja, komm! Du kannst aber jetzt los! Und... Ja, nein, Alex, halt auf, da! Hallo, pass auf! Ja, ich hab Julia gerammt! Letzte Kurve! Alles hat mich gerammt von unsichtbar war! Jetzt! Richtig ab! Genau! Richtig ab! Oh, du kannst los! Oh, du kannst los! Oh! Es wird schwierig, das aufzuholen. Ich bin realistisch. Anne wird das holen leider, weil... Alex hat mich doch in deiner Geisterform geschubst. Voll geil! Die einzige Möglichkeit, das aufzuholen, ist, wenn Maru und Anne sich jetzt komplett gegenseitig zerfleischen. Nee, ich komm hier dann ran. Vielleicht passiert das, ja. Doch, kommst du, Maru! Ich schubbel! Hahahaha! 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 Wer steht der Verlierer? Du hast ja ein gutes Team ausgesucht, Alter! Ich war im besten Team von allen! Ich hatte Julia auch... Du hattest... Ich licht gerammt, als sie da los fuhr. Voll gemacht! Voll gemacht! Ach, einfach mal zum Spaß! Hahaha! Das war aber schon die Runde, wo ja eine eben war! Das weiß keiner! Hahahaha! So, heute mal ein paar Fun-Modi. Dieselben kommen jetzt nochmal in der nächsten Folge. Leute, wenn es euch gefallen, lasst ein Like da. Schaut bei einem vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao! Rau! 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 Rau!